Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute zum Thema geometrische Grundbegriffe. Heute, wie gesagt, erwähnt ihr etwas für unsere fünfte Klasse. Wie gesagt, so arbeiten mit geometrischen Werkzeugen ist gar nicht so einfach. Deswegen schauen wir uns heute mal ein bisschen was zum Thema Winkel an, würde ich vorschlagen. Ihr seht hier als erstes eine kleine Aufgabe, wo wir nochmal das Grundlegende wiederholen. Ich habe hier einen Winkel gezeichnet, der hat seinen Scheitelpunkt in C, hat den Namen Beta und besitzt die Winkelschenkel, nämlich die Halbgerade von C nach B und die Halbgerade von C durch A. So, ich möchte diesen Winkel messen und ich möchte seine Orientierung einzeichnen. Ihr seht schon hier mein Universalgerät für die nächste Zeit richtig das Geometriedreieck. So, erster Schritt ist, ich muss das Geometriedreieck erst einmal richtig positionieren. Wie mache ich das? So, ich lege als erstes den Mittelpunkt hier unten, da hat das Geometriedreieck eine Zentimeter-Skala. Den Null, also den Nullpunkt, lege ich auf den Scheitelpunkt. So, wenn ich den auf den Scheitelpunkt gelegt habe, dann nutze ich einen der beiden Schenkel als festen Schenkel und den anderen als Messschenkel. An dem festen Schenkel lege ich danach diese Zentimeter-Skala an. So, das heißt, es sieht danach so aus. Ich wähle also als festen Schenkel hier den unteren und weil ich den unteren als Messschenkel wähle, muss ich also jetzt den Messvorgang von B nach A, also so rüber machen. Und jetzt wissen wir, genau so rüber läuft die Uhr. Also messe ich im Uhrzeigersinn und weil ich im Uhrzeigersinn messe, muss ich die innere Skala nehmen. Also in diesem Fall, ich nehme hier diese Skala. Na? Okay. Gut. Damit habe ich also jetzt in diesem Fall die innere Skala. Übrigens ist es jetzt nur bei diesem Geometriedreieck so. Ihr wisst, bei euren Geometriedreiecken ist es genau die andere Skala. Da ist es die äußere. Also wir schauen immer die Skala, die hier bei Null anfängt. Also ich nehme hier die innere Skala. Wie gesagt, im Uhrzeigersinn, das ist schon richtig für jedes Geometriedreieck, im Uhrzeigersinn innere Skala. Ja? Wie gesagt, das kann man an seinen beiden I's merken. Innere Skala im Uhrzeigersinn messen. So. Jetzt gehe ich hier an der inneren Skala entlang. Ich sehe hier 10, 20, 30, 40, 50, 60 Grad. Ja? Also weiß ich, hier oben ist die Markierung. Hier lese ich ab. Und da bin ich genau bei 60 Grad. Deswegen schreibe ich hier in dieses Winkelfeld 60 Grad hinein. So. Jetzt kommen wir zur Orientierung. Wir wissen, die Uhr läuft in folgendem Sinn. Die Uhr läuft so rüber. So. Jetzt habe ich hier schon so einen Bogen gezeichnet. Ja? Und der Winkel, da wissen wir, der läuft gegen den Uhrzeigersinn. Also läuft der von A nach B. Deswegen schreiben wir hier hin so den Pfeil. So ist der Winkel orientiert, weil er gegen den Uhrzeigersinn läuft. Die Uhr würde so laufen. Der Winkel ist genau in die Gegenrichtung definiert. So. Damit haben wir den Winkel und seine Orientierung eingezeichnet. Ja? Okay. So. Jetzt müssen wir den Winkel noch benennen. Ja? Mit dem Winkel Symbol. Also jetzt schreiben wir als erstes mal hin, den Winkel Beta. So. Der wichtigste Punkt ist der Scheitel. Der Scheitel kommt hier bei diesen drei Punkten immer in die Mitte. Ja? Deswegen lasse ich davor noch eins frei. So. Jetzt weiß ich, bei diesem Symbol muss ich immer vom Anfangspunkt zum Endpunkt gehen. Anfangspunkt, weil wir ja gegen den Uhrzeigersinn laufen, ist A. Also kommt hier der Punkt A hin. Enden tut mein Pfeil auf dem Schenkel, wo B ist. Deswegen kommt hier hinter ein B. Und der Ganze ist 60 Grad. So wird also der Winkel korrekt benannt. Vorne der Winkelname. Dann kommt das Winkelsymbol. Dann kommt in die Mitte der Scheitelpunkt. Links vom Scheitelpunkt der Anfangspunkt. Rechts der Endpunkt. Anfangs- und Endpunkt sind so orientiert, dass ich gegen den Uhrzeigersinn laufe. Also dieser Pfeil von A nach B ist genau gegen den Uhrzeigersinn gerichtet. Ja? So. Und wenn wir jetzt kontrollieren, dann muss dieser Pfeil von A nach B, wenn ich hier die Punkte A und B wähle, muss ich dem Pfeil entlang genauso kommen, wie hier der Pfeil unter dieses Symbol gezeichnet ist. So. Das war Aufgabe 1. Aufgabe 2. Ich will folgendes Koordinatensystem in mein Heft eintragen. Ich habe hier ein paar Punkte. Ich habe hier den Punkt A und den Punkt B und lege da mal so eine Gerade durch. So. Jetzt will ich einen Winkel Delta messen. Der jetzt genannt wird ABC ist gleich 125 Grad. Hm. Blöderweise habe ich bloß zwei Punkte. Das heißt, den dritten Punkt zoomen wir erst. Und dazu helfen uns die 125 Grad. So. Jetzt weiß ich, ich gehe bei diesem Winkel von B aus. Weil B ist der Scheitelpunkt. Das heißt, mein Geometriedreieck kommt danach mit dem Nullpunkt auf den Punkt B. Und ich muss ja von A nach C gegen den Uhrzeigersinn drehen. Uhrzeigersinn läuft hier so nach oben. Also muss ich hier nach unten drehen. Also gegen den Uhrzeigersinn. So. Deswegen legen wir das Geodreieck. Nehmen wir. Wir wissen, dieser Nullpunkt kommt auf B. Und diese Zentimeterskala kommt auf unseren festen Schenkel. Weil wir haben nur einen. Dann müssen wir den als festen Schenkel wählen. Nämlich A, B. Also kommt das Dreieck so hin. Nullpunkt ist im B. Und die Zentimeterskala liegt genau auf der Geraden, die durch A und B geht. So. Jetzt messe ich. Und jetzt muss ich wieder Obacht geben. Jetzt messe ich. Ja. Wenn ich jetzt so schaue. Ich drehe jetzt ja nach unten. Also ich drehe gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt haben wir gelernt, innere Skala im Uhrzeigersinn. Logischerweise gegen den Uhrzeigersinn dann richtig äußere Skala. Also nehmen wir diese Skala, die hier außen steht. So. Da haben wir hier 10, 20, 30, 40, 50. Hier haben wir 90, 110, 120, 125 Grad. So. Okay. Wir machen hier eine Markierung hin. So. Hier bei 125 Grad. Seht ihr hier die Markierung? Da mache ich praktisch ein kleines Kreuzlein hin. Am Ende des Geodreiecks. Und jetzt nehme ich das Geometriedreieck so hin. Nehme die Zentimeterskala, dass einmal den Punkt B drauf liegt. Und einmal dieser Hilfspunkt. Und da lege ich dann den zweiten Schenkel durch. So. Und den Punkt, den wir da unten gewählt haben, das ist dann der Punkt C. Ja. Und jetzt sehe ich schon, ich messe hier in diese Richtung gegen den Uhrzeigersinn. Hier ist der Punkt C. Und der Winkel ist genau 125 Grad. Damit bin ich mit dieser Aufgabe fertig. Und nochmal melden wir uns. Das ist der Winkel Delta. Und wir wissen, noch eine kurze Bemerkung. Beim Geodreieck nimmt man die äußere Skala, wenn ich gegen den Uhrzeigersinn messe. Und ich nehme die innere, wenn ich im Uhrzeigersinn messe. Ja. Ihr denkt immer, innere Skala im Uhrzeigersinn. Zweimal I. Ja. Gegen den Uhrzeigersinn äußere Skala. Ja. Da haben wir praktisch G und A. Ja. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, im Uhrzeigersinn in der Skala, das sind die beiden Is, an die wir denken. So. Das war jetzt die. Jetzt machen wir noch die Schwierigkeit, dass ich jetzt mit meinem Geometriedreieck, das ihr hier unten ja seht, ja eigentlich bloß bis 180 Grad messen kann. Aber es gibt leider Winkel, die sind größer als 120 Grad. Ja. Und da schauen wir uns mal den Winkel Delta wieder an. ABC. Der ist 225 Grad. Damit wir alle die gleiche Zeichnung haben, nehmen wir das in unser Heft. Wir zeichnen also die Gerade von C nach B in diesem Maßstab. So. Jetzt weiß ich ja, von A nach C drehe ich, ich habe B im Scheitel, ja, weil das wieder der mittlere Punkt ist, ist also B der Scheitelpunkt. Und von A nach C drehe ich gegen den Uhrzeigersinn. Ja. So. Also ich drehe von A nach C gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt ist die Frage, das heißt, ich muss in diese Richtung drehen, ja, weil ich ja gegen den Uhrzeigersinn drehe. Dann gehe ich von A nach C gegen den Uhrzeigersinn. So rüber. Ja. So. Also das ist jetzt gegen den Uhrzeigersinn. So muss ich drehen. Ja. Jetzt habe ich hier, habe ich gedreht, 180 Grad. Ja. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich muss ja weiter drehen. Ja. Ich brauche 225 Grad. Also. Wie viel fehlen noch? Richtig. 45 Grad. Also. Hier habe ich 180 Grad. Jetzt kommt das Geometrie-Dreieckenspiel. Wieder Nullpunkt im B. Wir legen das so hin. So. Und jetzt messen wir hier. Hier unten. Muss ich ja jetzt praktisch noch äh 45 Grad messen. Und die messe ich jetzt richtig erkannt. Weil ich jetzt ja hier praktisch noch praktisch mehr an den Anfang gehe. Messe ich wieder im Uhrzeigersinn. Ja. Im Uhrzeigersinn. Inneres Skala. 10, 20, 30, 40, 45. Und bei dem 45 Grad Winkel seht ihr hier so eine gestrichelte Linie. Ja. Weil das eigentlich die Hälfte von 90 ist. Deswegen brauche ich nur auf dieser Linie hier bin sein. Jetzt gehe ich diese gestrichelte Linie runter. Dann bin ich genau bei 45 Grad. Hier mache ich eine Markierung hin. Ja. Ein kleines Kreuz. So. Und dann lege ich jetzt äh wieder das Geometrie-Dreieck mit der Zentimeter-Skala einmal auf B und einmal auf dieses Kreuz. Und zeichne hier eine Halbgerade. So. Und wenn ich jetzt hier diesen Winkel dazu tue, dann bin ich bei 45 Grad. Und wenn ich jetzt praktisch von diesem Punkt A. Ja. Den kann ich hier wieder diesen Hilfspunkt. Das ist unser Punkt A. Wenn ich hier jetzt praktisch erst 45 Grad und dann nochmal 180 Grad weiter drehe, dann bin ich genau bei C. Damit habe ich also genau den Winkel eingezeichnet. Ich habe also hier den Winkel Delta. Und der ist genau 225 Grad. Ja. So kann ich also praktisch Winkel einzeichnen, die über 180 Grad liegen. Nämlich. Kleine Bemerkung dazu. Ich zeichne erst den 180 Grad Winkel. Und danach zeichne ich noch den Rest, der mir auf die genannte Winkelzahl fehlt. In unserem Fall, wenn ich 225 Grad habe, sind es 45 Grad, die noch fehlen. Jo. So gehe ich also mit dem Geometrie-Dreieck und Winkeln um. Ich hoffe, man hat das so jetzt verstanden. Wie gesagt, wichtig beim Geometrie-Dreieck, wiederholen wir nochmal, wenn ich gegen den Uhrzeigersinn messe, nehme ich immer die äußere Skala, messe ich im Uhrzeigersinn, was manchmal vorkommen kann. Weil ich ja zum Beispiel bei diesem Winkel bei 180 Grad sozusagen noch 45 Grad zurückdrehen muss, damit ich von diesem Punkt A eben gegen den Uhrzeigersinn 225 Grad messen kann, bis ich bei C bin. Ja. So. Und das Grüne hier, das ist der Winkel Delta. Und wenn ich im Uhrzeigersinn messe, dann muss ich beim Geometrie-Dreieck die innere Skala nehmen, wenn sie sich ganz normal gegen den Uhrzeigersinn, nehme ich die äußere Skala. Das ist alles. Jo. Damit sind wir mit unserem kleinen Winkelkunde am Ende. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wer Fragen und Anregungen hat, bitte die Kommentare unterhalb dieses Films nutzen. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr bei mir zugeschaut habt. Ich freue mich wieder, wenn ihr bei einem der nächsten Videos auf diesem Kanal dabei seid. Bis dahin bleibe ich mit einem freundlichen Servus aus Garmisch Patenkirchen.